Ja, mein Name ist Hagen Mewes. Ich bin aus der Altmark, gebürtig aus Osterburg, habe Theologie studiert in Jena, vorher eine Ausbildung zum Diakon gemacht und bin jetzt wieder zurückgekehrt in die Altmark. Meine erste Fahrstelle ist dort in Mieste, einem kleinen Ort mit vier Kirchtürmen. Ich fühle mich dort sehr wohl und meine Wünsche für die Zukunft sind, dass ich in der Ecke mit vielen anderen Pfarrern und Pfarrerinnen zusammen kirchliches Leben gestalten kann. Und ich entdecke gerade sehr viele Schätze in der Gemeinde und freue mich sehr darauf, Gemeindeleben zu gestalten.